Liebe Margit, liebes Geburtstagskid, wir haben uns heute hier versammelt, um Hand in Hand mit dir deine ersten 50 Jahre zu Grabe zu tragen. Aber Gott sei Dank hast du ja uns. Dafür schenken wir dir dein persönliches Fitnessvideo Fit for Margit. Wir sorgen dafür, dass du auch die nächsten 50 Jahre so topfit wie heute bleibst. Die folgenden Sequenzen beanspruchen alle relevanten Muskeln und Muskelgruppen. Are you ready to rumble? Die klassische Warm-Up-Übung, sehr beliebt bei Teenager. Stärkt die Kehlkopfmuskulatur, schmiert aber auch die Stimmbänder und fördert den Gössermuskling. Das moderne Lifting. Wir machen uns klein und groß. Ganz klein, groß, klein und wieder groß. Wieder klein und groß, und wieder klein und wieder groß. Dies ist eine Partnerübung. Wichtigstes Utensiv hierfür Nüsse. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt gehen wir ganz tief hinunter und stärken einen oft vernachlässigten Muskel, unseren lieben Schließmuskel. Diese Übung basiert auf der Hauptbeschäftigung vieler Politiker und Geschäftsleute. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir konzentrieren uns und jetzt tun wir mal ein bisschen die Batschenstrecken. So, wir sind ein bisschen die Batschenstrecken. Aus der Sparte für die moderne Hausfrau bringen wir heute The King of Treetchips. Die Übung für zwischendurch am Schreibtisch, während der Sitzung, am Klo, zwischen zwei Bürgerbeschwerden und natürlich auch für zu Hause. Das ist die Rhythm des ZDF, 2020 Siehst du es? Auch mit den einfachsten Gegenständen, die sich in jedem Haushalt finden, lassen sich spektakuläre Übungen in den Alltag einbauen. Na Mädels, hättet's nicht auch gern so ein Bild von einem Hampelmann daheim, der euch so freudig und schwanzwedelnd begrüßt, wenn ihr müde und abgespannt von der Arbeit nach Hause kommt? Aus Pietätsgründen können und dürfen wir an dieser Stelle nicht alles zeigen. Ach, scheiß drauf! Wir wollen was sehen! Na Gott sei Dank hat der nicht zurück. Daneben und wieder. Noch leichter geht's mit der richtigen Motivation. Folgender Bewegungsablauf hilft dabei, Abwehrkräfte gegen lästige Parasiten aufzubauen. Musik 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 Na, sind wir ein bisschen ins Schwitzen gekommen? Übrigens gibt's jetzt beim BIPA Achse im Multipack um nur 4,99€ BIPA macht das Leben schöner Hier bin ich Schwitzer, hier kauf ich eins Nach all der Anstrengung brauchen wir jetzt was zum Runterkommen Bis zum nächsten Mal! 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 Über den humidity! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.